Die Funktion DatWert Mit der Funktion DatWert wird ein Text wie zum Beispiel Februar in einem Datumswert umgewandelt. Der Text muss jedoch als Datum erkennbar sein, wie es bei Februar ja der Fall ist. In diesem Video erstellen wir eine Monatsliste. Diese wird anschließend mit der DatWert-Funktion in die seriellen Datumszahlen umgewandelt. Tragen Sie in eine Zelle den Anfangsmonat ein. Ziehen Sie diese Zelle in der rechten unteren Ecke nach unten, um die anderen Monate anzuzeigen. Um nun das Datum umzuwandeln, wird die DatWert-Funktion benötigt. Das Ausgangsdatum ist der letzte Tag im Januar. Geben Sie die folgende Formel in die Zelle ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Machen Sie einen Doppelklick auf die rechte untere Ecke der Zelle, um die DatWert-Funktion auf alle Monate zu übertragen. Um den letzten Werktag eines Monats zu berechnen, geben Sie diese Formel in die Zelle ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Mit einem Doppelklick auf die rechte untere Ecke der Markierung vervollständigen Sie die Liste. Sie können jetzt auch noch die Datumsanzeigen in ein benutzerdefiniertes Format umwandeln, um einen besseren Überblick zu haben. Klicken Sie auf Format Zellen formatieren. Wählen Sie unter Kategorie Benutzer definiert aus. Suchen Sie sich ein Format aus. Um das neue Format zu bestätigen, klicken Sie auf OK. Klatschen Sie auf den OK. Kont Tay, wenn Sie auf den OK. Sie können Sie sehen, dass also dieseäen Variante mit der Datenbundung auf die Datenbundung auf keinen Fall. Und Sie können Sie sehen, dass die Datenbundung auf die Datenbundung anbundetriellen. Sie können Sie sehen, dass es die Datenbundung hinzelt.